Und Gold ist schwer, also müsste es uns eigentlich erschlagen und uns umbringen. Dann schwimmen wir lieber doch nicht in Gold. So, speichern. Ich sollte mir abgewöhnen, jedes Mal nur in Spielstand zu setzen, denn der XP-Maker besitzt nur maximal vier Spielstände. Das ist zu wenig. So, dann wieder auf die andere Seite. Ah, Gegner. Gegner und Fallen. Tun mir nicht zu gefallen. Flucht. Ich will jetzt nicht. Ich weigere mich. Puh, zum Glück hat uns die Explosion, die nur 30 Zentimeter neben uns war, nicht getötet. Hurra. Und hoffentlich müssen wir da nicht den ganzen Weg wieder zurück. Aber ich würde es sowieso zutrauen. Wow, wow, wow. Hey, hey, hey. Mal jo, 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 jo. Immer locker bleiben hier mit den jungen Pferden. Unsichtbare Todesfallen geht ja mal gar nicht. Jo, Digga, das geht ja mal gar nicht. Wir haben so viel Zeit vergeudet. Viel, so viel Zeit. Na gut, du stirbst auch noch. Ja, wir haben auf jeden Fall viel, so viel Zeit damit vergeudet, durch diesen Vulkan zu laufen. Das hätten wir uns alles sparen können. Hätte ich gleich diese Technik oder, ich glaube, das war eine Technik, mit der wir Gegenstände verschieben können, angewandt. Aber, tja. Ach, Menno, ich dachte, ich töte ihn jetzt gleich. Stattdessen bricht sich Fair noch ein Fingernagel ab. Level up für Xai, Level up für Fair. Damit wächst der Fingernagel auch wieder nach. Hurra. Äh, ich meine, Hurra. Ach, Gegner. Oh, toll. Nein. Ich will nicht. Ihr wollt es auch nicht. Äh, ich will fliehen. Hallo. 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 Danke. Bitteschön. Einfach nur speichern. So. Ah. Warum müssen diese Wege so lang sein? Oh, lange Wege sind lang. Oh. Okay, es folgt keinem Muster. Das erleichtert die Angelegenheit ja unheimlich. Oh, Backe. Färstlich tot. Können wir auch gleich nochmal speichern. Geschafft, geschafft. Ich bin ein Genie. Und irgendwie ging das auch. Das war Fake-Feuer. Ja. Wow. Okay, damit sind wir wieder oben. Hätten wir nicht auch durch ein Loch hinunterfallen können, wodurch ich mir den ganzen Weg hätte ersparen können? Genau wie hier. Ach, scheiße. Egal. Wir haben ein Level ab, also. Egal. So, jetzt können wir hier irgendwas benutzen. Vorschlag haben wir mal. Tigerfragment. Ich weiß noch immer nicht, wozu das da ist. Ähm. Techniken? Nein. Das war, glaube ich, eine Technik von... Fea. Genau. Kraftschub. Mach dein Ding. Ach so. Ja? Hä? Wie? Hä? Was? Wieso? Hä? Wieso geht das nicht? Was ist hier nur los? Also, ich habe da auch mit Sui gesprochen und er meinte, ich müsste diesen Erdhaufen runterschubsen. Hallo? Ermöglicht die Verschiebung schwerer Objekte. Auch wenn es ein ganzer Kieshaufen ist. Ach so. Nur solange es leuchtet. Ah. Ich dachte, das ist die Aufladephase. Huh. Rietzel gelöst. Blau und schlau. Gut. Dann müssen wir jetzt nur den ganzen Weg zurück. Scheiße. Und wieder durch die Todesfallen des Todes und der Hölle und der Vergeltung und der Ohnmacht und des Todes. Habe ich den Tod schon erwähnt? Verflucht. Verflucht. Speichern. Kennen wir alles noch überhaupt nicht. Lass mich in Ruhe. Uns geht's noch gut. Alles in Ordnung. Nichts passiert. Puh. Ach. Nicht das schon wieder. Hm. Kann ich hier links durch? Bitte lass mich hier links durch. Ohne Monster, wenn's geht. Ohne Monster, wenn's geht. Wow. Ja, nein, ja, nö, irgendwie, ach komm, bald alle tot und irgendwie, nein, 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 nein. Ganz entschieden, nein. So nicht, Freunde. Huh. So da, hier und irgendwie so und vor dem Feuer fliehen, der Explosion, der fliegenden Explosion. Ja, wir töten zuerst den Gegner. Der nervt mich. Oder? Nervt er mich? Er nervt mich, ja. Aber es sind so viele Gegner. Ich will nicht. Nein, nein, nein. Ah, ja, das überleben wir noch irgendwie. Nein, zu viele Gegner. Nein. Hier mit dem Mächtigsten, was uns zur Verfügung steht. An einem Gegner. Und dann haben wir nichts mehr für den obligatorischen Boss. Ja, toll. Danke. Ja. Wieso benutze ich meine Techniken noch dafür? Die mächtigsten Techniken unterstürpen nicht in eine Runde. Dumm. Dummdi-dum-di-dum. Ah, leck. Oh Gott. Nein. Verschwindet. Animationsspamming ist spamming, ist spamming, ist spamming, ist spamming, ist spamming, ist spamming. Natürlichen Gegnern, was bist du sonst reingerannt im Geh? Du dummer Idiot, du. Ach komm, der stirbt sowieso gleich. Ja, stimmt, ich sterbe sowieso gleich. Ja, bitte. Und Xai bekommt einen Heiltrank. So. Und vielleicht auch mal speichern. Kann da nichts schaden? Au. Ja, klar. Mach dein Ding, du. Danke, du. Hallo, Gegner, die man nicht ausweichen kann. I don't like. Ich mag diesen Dungeon nicht. Ich mochte den davor nicht, ich mag diesen hier nicht. Critical Hurt. Hm. Hm. Ja. Ja, 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 ja. 599. 404. Fehler. 404. Daneben. 465. Wow. Jetzt stirb aber. Daneben. Wie kann man mit einer Iridium-Pistole verfehlen? Der hat doch Laserpunkt-Visier. So, jetzt komm weiter. Ähm. Wieder heilen. Immer dieselbe Masche. Eigentlich könnten wir auch gleich unsere Blutbahn an so einen Heiltrank anlegen mit der Nadel. Direkt in die Blutbahn hin. Hinein, das hab ich vergessen. Dass hier eine tödliche, fiese Falle lauert. Die tödlich und fies ist. Und da hab ich schon erwähnt, dass sie tödlich ist. Hm. Wecker. Au, 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 au. Ich mag diese Stelle nicht. Ganz unter uns. Und wie könnte mich das Feuer überhaupt noch rechts schleudern, wenn es von oben kommt? Das Spiel macht keinen Sinn. Und wie könnte ich jetzt hier an ihm vorbeikomme? An den dreien? Ja, danke. Bitte, 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 danke. X. Mal speichern. Ich habe immer Angst zu sterben und dann an einem ganz anderen Spielstand herauszukommen. an dem ich nicht herauskommen möchte. Und hier komme ich nicht weiter, weil... Stein. Ne, wirklich, weil Stein. Weil dort ein Stein ist. Nein, ich kann mich wieder hinein, wieder hinein, nein, 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 Mensch. Okay, wir haben immerhin die Töle abgehangen. Und sind fast oben. So, wenn jetzt mal nichts passiert. Da, durch dieses Loch hätten wir zurückgekont. Und im freien Fall einen Kilometer nach unten fallen. Was soll schon passieren? So, jetzt sind wir oben. Speichern noch einmal. Nicht. Ah, wieder eine frische Luft. Wie schön. Und jetzt? Ah, wahrscheinlich weiter nach unten schubsen. Techniken. Kraftschub. Riddle Soft. So. Oh oh. Was war das denn? Ein Drache, eine Rapier, ein Vogel. Ach die, jetzt haben wir sie doch aufgescheucht. Was ist das? Ein Aschenvogel. Und der kann es überhaupt nicht leiden, wenn jemand seinen Kieselsteinberg klaut. Auflammender Schuss. Ohnmachtsangriff. Ähm. Verteidigen, um MP aufzufüllen. Oder, ähm, Magiepunkte erhöhen. Mit dem Magietrank. Deswegen haben wir sie ja gekauft. Das gleiche für Tapio. Hier. Auflammender Schuss. Der den Gegner heilt. Ja, sorry. Oh, und was? Wieso haben wir nicht gespeichert? Oh. Ich muss jetzt unbedingt den Spielstand laden, ne? Schimpf doch mit mir, wie ihr wollt. Oh. Ich kann es nicht ertragen, wenn ich den Gegner heile. So. Mhm. Ich meine, wir haben den Gegner geheilt. Wir haben dafür auch noch MP verbraucht. Das ist doch völlig unnötig. Außerdem wissen wir jetzt, aha, ein Gegner wird kommen. Und wir sollten uns vorher lieber heilen. Moment. Wir können hier oben nicht speichern. Weil Eiscreme. So. Obwohl, Moment. Wir haben wir runter. Alle heilen. Zack, 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 zack. Und mit dem Magie tränken. Zack, 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 zack. Haben wir noch irgendetwas anderes Tolles dabei? Nicht so wirklich. Speichern. Und dann geht es auch schon fast in den Bosskampf. Pfff. Vergnügen. ook.